Du siehst gut aus, wie meine Freunde. Das ist Radio. Ja, du. Ah, kann man safe machen. Ja? Weißt du schon, Don? Echt jetzt? Okay. Wann wollen wir zusammen sein? Wenn du mir dein Insta gibst. Warum kommst du? Nee, Kasse. Was? Nein, du auch? Nein, wo ist das? Ach so. Ja, scheiße. Schöne Augen, hey. Danke. Du bist heller als meine Lichterkette. Ich hab mal gehört, man sagt nur hässlichen Menschen, dass sie schöne Augen haben. Echt? Wolltest du mich grad beleidigen eigentlich? Ja, man nimmt, was man kriegt, wa? Echt? Was? Nein, du bist 10 aus 10, schon immer gesagt. Ihr wolltet ein TikTok? Ja. Ähm, dann, ähm, zeig Füße. War ein Witz, war ein Witz, war ein Witz, war ein Witz. Wie erzählt ihr eigentlich? Ich bin 13. Guck mal, ich hab ein Talent. Ich seh gut aus, ich bin 13. Es kommt hier rein in TikTok. Mein Gott, ich seh nicht von hier. Wie alt ihr seid? Warum sagt ihr mir nicht, dass ihr 13 seid? Gleich FBI. Hallo? Okay, doch nicht. FBI aufhinteres Ohr. Ihr seid die ersten Mädchen, mit denen ich rede. Ich hoffe nicht im Allgemeinen. Ist das traurig? Nüchtern findet mich nie jemand so lustig. Wir finden gerade alle so lustig, also denkt ihr nicht. Habt ihr eure 5 Minuten? Wir können unsere 3 Minuten haben. Ja. Willst du hier dir eine klären, oder was? Nee. Eigentlich ist ein Freund gerade bei mir, aber der ist auf Klo. Ist der scheißen? Ja. Groß oder klein? Äh, keine Ahnung. Klopf mal und frag, bitte. Nein. Ich mach das immer. Hm? Ich mach das immer. Ja, du bist auch ein bisschen weird. Spaß, Bro. Spaß, yo, yo, yo. Junge, hast du auch schon mal versucht, dir selbst einzuplanen? Nee. Ach so, nee. Ey, yo, yo, ey, ich wüsste noch was, ne? Realtalk hab ich noch nie. Also, ich hab's noch nie probiert. Ich weiß nicht. Okay, wie se... Ey, ey, was machst du heute noch so? Gleich plan? Äh, safe nicht. Vielleicht noch Netflix in chill gebra... Können wir machen. Geht nicht, ich muss streamen, scheiße. Muss noch 12 Stunden. Alles Gute, können zuschauen. Ja? Safe. Entweder Bracers, was du willst. Äh, nö, ich bin da nicht so drin, kenn ich nicht. Ich hab da nicht Pornos geguckt. Ja, safe. Und dann, wie... Wie weißt du, dass ich über Pornos rede? So, scheiße. Ja, da hast du mich jetzt erwischt. Yo. Yo. Ey, yo, 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 ich bin live, wie geht's? Kann ich dich zeigen? Wo bist du live? Bist du bekifft? Sieh ich bekifft aus? Ja. Du siehst gut aus, hey. Wie alt bist du? 16, du. Hast du eine große Schwester? Ich frage den Freund, wenn die große Schwester so aussieht wie du, dann weiß ich ja, auch wenn ich keinen Bock hab. Hehehe. Hehehe. Spaß. Katze. Ich schau mich selber an. Was macht die Katze? Meine Katze ist, ich hab tatsächlich drüber noch eine Etage sozusagen, wo sie sich drauflegen können. Meinst du, da ist noch Platz für mich? Auf den Kratzbaum? Kannst du ja mal versuchen. Oder für einen Platz in deinem Herzen. Hast wenigstens mal eine Posse. No, hey. Ich wurde noch nie so gebumst. Tut mir leid. Aber wenigstens mal richtig gebumst, ja. Oh. Stehst du auf Domina oder was? Ja. Geil. Ich bin 18. Ja, okay. Dann kannst du meine Domina sein. Schlag mich. Schlag mich. Schlag mich. Alter. Yo, 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 yo. Hallo? Nicht mit der Kamera. Dann nach der Kamera. Warte, was? Hä? Ich kann mich auch ausziehen. Mit der Kamera. Mhm. Wie heißt du? Ich heiß Anna, und du? Sprech mich bitte mit Sklave an. Okay, Sklave. Findest du mich von Psychopath? Äh. Beim ersten Anblick denkt man das vielleicht an, wenn man so gut jetzt erspickt. Hattest du eine E-Mail? Hast du eine Telefonnummer? Bist du Single? Wie alt bist du? Ist das die Pille? Hast du einen Freund? Äh. Sind das zu viele Fragen? Spielst du Fortnite? Nein. Ich wünsch dir noch einen schönen Tag, ja? Ja, hast du auch kein Leben? Oh mein Gott, du trinkst einen Big Shield. Einen? Einen Big Shield. Was ist ein Big Shield? Ey, sowas wie ein Jiggy Jaga Jugo Jackson, aber nur ein kleines. Ich trink einen Eiskoffee. Du bist zwar kein Boden, aber ich steh voll auf dich. Hast du geklippt? Nein, wie geklippt? Wir können klippen. Oder ganze 10 Minuten. Wie gesagt gekifft. Ich hab nicht gekifft. Spielt ihr Roblox? Nicht mehr. Schade, weil ja ich suche einen guten Roblox-Mate. Ist langweilig geworden. Damals war alles besser. Ja. Oh mein Gott, ja. Junge, es sieht so aus, als würde ich Roblox spielen. Ja. Dann spielst du wahrscheinlich Fortnite. Würdest du abonnieren auf OnlyFans? Sag ehrlich. Also, ich würde nicht bezahlen, aber ich weiß, dass du für meinen OnlyFans bezahlen würdest. Dass ich für deinen bezahlen würde. Mhm. Ja, würde ich machen. Ja, ist in Ordnung. Safe. Hey. Hab ich dich schon gefragt, was du heute noch vor hast? Ja, mit dir zu gucken. Spaß. Ja, ich muss leider 24er machen. Danach dann, wa? Ja, wie gesagt, wir können ja den Schätzchen zuschauen. Ist okay. Kurz einen OnlyFans-Stream, sagst du? Safe. Junge, du bist richtig am W-keen. Jetzt fragst du dich, was es heißt? Egal. Ja. Jemand hat einfach geschrieben, Mashallah, marry me. Bist du aber schon verlobt, wa? Ja, mit dir. Ey. Es geht ab, yo. Also, wenn ihr nichts dagegen habt, in einem YouTube-Video oder sofort zu kommen, würde ich euch reinpacken. YouTube-Video oder TikTok? Ja, beides vielleicht. Mal gucken. Also, also, bin ich jetzt drin? Ähm. Ja. Willst du wen grüßen? Ja, ich will mal... War lustig? Ja, man. Jummi, der TikTok, ich bin doof. Wieso? Mit wem schreibst du? Schreibst du mir schon auf Instagram? Warte. Ich hab euer Instagram noch nicht. Hä? Hä? Was? Ich lieb dich auch. Was? Seid ihr auch untenrum? Warte, was? Ey, yo, yo, yo. Bin ich nicht. War ein Witz. War ein Witz. Ich sitz hier in Unterhose. Nein. Nein. Ich hab ne Hose an. Ich schwöre, ich hab ne Hose an. Also, seit 5 Minuten. Ich heiß Live Linus auf TikTok. Das ist nicht eher. Nein. Nein. Ist du des? Ja, ja, ich bin das. Genau. Was ist dennis? Gib einen Rift Zone. Rick Zone? Rift Zone! Rift Zone! Rift Zone! Rift Zone! Rift Zone! Rift Zone! Warum hast du überhaupt ein Jackett an? Wir haben Samstag... Weil ich sie gleich nach Hause schaffe. Achso, sorry, Alter. Warum siehst du dich jetzt aus? Ganz kurz nur so, weil mir auch warm ist. Okay. Ja, es wird ganz schön warm hier mit dir. Oh, oh. Ja, sorry. Ey, was hast du da für Karate-Kitte im Hintergrund? Das ist Demon Slayer, aber ey. Ah, das ist dieser, ähm, Blitz-Typ. Genau. SL! Hab ich gut gemacht? Wenn er dann mal ultet, ist heftig, ne? Junge, hast du ne Schwester, bei der ich ulten könnte? Nein. Nein. Hast du ne Schwester, bei der ich ulten könnte? Wie alt ist denn deine Schwester? Ähm. Ich weiß es nicht. Warum spielst du an seinem Joystick? Hä? Hä? Wie alt seid ihr? Boah, ist die hässlich. Ich war erst deutsch. Nein, die auf dem Bild. Das bin halt ich. Nein, war nicht so gemein, obwohl vielleicht ein bisschen. I can tell you're from Germany. Yes, I'm German. How are you? I'm good. Nice. Are you a streamer for Germany? No, I'm naked. What? What? Ey, was machst du heute noch so, Annika? Scheiße, du hießt nicht Annika. Ich hab deinen Namen vergessen. Anna. Kann man nicht buchen? Nein. Kannst du noch einmal Sklave sagen, bitte? Warum? Nur so. Sklave. Ey, yo. Na, okay. Ey, Bruder. Ja. Ich wünsch dir noch viel Spaß, ne? Willst du mich jetzt loswerden? Ja. Was willst du sein für den Moment? Wie heißt du? Ich heiße Berat. Ey, Berat. Alter, was macht deine Schwester hier? Warte, warte, warte. Warte, was? Ohne Momento. Wir sind nicht zusammen und kann nix. Oh mein Gott. Ja, ich dachte schon. Weil die spielten den Liga über. Ey, warum? Ah, du machst YouTube. Ey, dass ich dafür gebannt werde, ist halt auch schon wieder... Hä, ich bin auf? Was kann ich denn dafür, dass ich so einen Huge Cock hab? Hä? Warum werde ich gebannt? Warum werde ich gebannt? Ey, 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 wirklich jetzt.